Die Landwirtschaftliche Fachschule Kirchschlag ist eine dreijährige berufsbildende Schule mit den Schwerpunkten allgemeiner Landwirtschaft, Forstwirtschaft und agrarische Dienstleistungen. Sie liegt nur unweit von Linz im Wintersportzentrum Kirchschlag. Ganz groß geschrieben ist der Praxisunterricht. Fast ein Drittel der Unterrichtszeit entfällt darauf. In den gut ausgestatteten Werkstätten wird alles geübt, was du in technischer und praktischer Hinsicht wissen musst, um im späteren Beruf bestehen zu können. Das betrifft die landwirtschaftlichen Berufe genauso wie die technischen, kaufmännischen und die modernen Dienstleistungsberufe. Gemeinsam mit unserem Ausbildungspartner, dem Maschinenring Urverumgebung, üben wir die Grünraum- und Gartenpflege. Die Ausbildung zu den sogenannten grünen Berufen wird an unserer Schule groß geschrieben. So gibt es auch eine Lehrzeitanrechnung zum Landschaftsgärtner. In der Holzwerkstätte arbeitest du mit den modernen Bearbeitungsmaschinen und fertigst tolle Werkstücke für den Hausgebrauch an. Ein Jahr der Lehrzeit in diesen attraktiven Berufen wird dir angerechnet. In der Metallbearbeitung bist du bald mit den Werkstoffen und Bearbeitungsmethoden wie Schweißen, Schmieden und Bohren vertraut. Außerdem fertigst du anspruchsvolle und auch kreative Werkstücke an. Am schuleigenen Traktor übst du das Fahren, die Wartung und das Ankuppeln von verschiedensten Geräten. Außerdem kannst du hier den Traktorführerschein mit 16 erwerben. Viele andere Maschinen werden der Schule für Übungen zur Verfügung gestellt. Auch die Erzeugung von Lebensmittelprodukten kannst du an dieser Schule lernen. So erzeugst du leckere Würste, Leberkäse und Bauernspeck. In der Milchverarbeitung lernt jeder Schüler dieser Fachrichtung das Erzeugen von Joghurt, Topfenkäse und Butter. Bei Festen kannst du diese Produkte am Stand verkaufen oder einfach nach Hause mitbringen. Im Herbst steht Mostpressen auf dem Programm. Am Gummiäuter probierst du das Melken mit der Hand. Bevor Melkanlage und Melkrobote erfunden wurden, konnte die Milch nur auf dieser mühevoller Weise gewonnen werden. Im Schullabor dringst du mit Mikroskopen in Bereiche vor, die noch nie ein menschliches Auge gesehen hat. Und siehst Pflanzenzellen, einzellige Tierchen, Bakterien und die Bodenlebewesen. Die Schule bietet verstärkt Unterricht in bäuerlicher Kleindierhaltung. Dabei lernst du, wie man Kleindiere pflegt und füttert. Dafür gibt es im Beruf des Tierpflegers eine Lehrzeitanrechnung. Im Praxisunterricht fährst du mit den drei Bussen der Schule auf Bauernhöfe, arbeitest dort im Stall mit oder erforscht die Pflanzen auf den Wiesen und Feldern. Ein wichtiger Schwerpunkt der Schule ist die Forstwirtschaft. Im schuleigenen Wald lernst du das Anpflanzen von Bäumen, genauso wie die Pflege und letztendlich auch die sichere Fällung eines Baumes. Praktika auf Bauernhöfen, aber auch bei Firmen, vertiefen deine Fähigkeiten und unterstützen dich bei der Berufsfindung. Am Ende der dreijährigen Schulzeit hast du zwei fertige Berufsabschlüsse und viele Anrechnungen. Für alle übrigen Berufe gibt es ein Drittel Lehrzeitverkürzung. Für den Sportunterricht und für die Freizeit im Schulinternat stehen dir viele Möglichkeiten zur Verfügung. Du kannst dich beim Fußball, Wurzeln oder auf Fitnessgeräten austoben. Das Internat ist überhaupt ideal, um gemeinsam die Freizeit zu verbringen und Spaß zu haben. Auch das Lernen fällt dort leichter, weil immer Mitschüler oder Internatspädagogen in der Nähe sind. Ganz in der Nähe gibt es die Bogensportanlage Breitenstein, wo du dich im Bogenschießen auf Zielscheiben und Kunststofftiere erproben kannst. Gleich ums Eck gibt es auch einen Hochseilgarten, Skipisten und eine Eissportanlage. Das Motto unserer Schule ist Style Your Life, weil du hier auf das Leben und deinen zukünftigen Beruf bestens vorbereitet wirst. Und ganz nebenbei, falls du dich ab dem kommenden Schuljahr in Kirschlag anmeldest, wirst du unter den ersten sein, die im neuen Agrarbildungszentrum Hagenberg, der sicherlich modernsten Schule Österreichs, die Ausbildung abschließen. Denn ab 2017 werden dort die Fachschulen Freistadt, Katzdorf und Kirschlag in dieser völlig neu gebauten Schule zusammengelegt. Also, Style Your Life in Kirschlag, be the first in Hagenberg. respe Framing Philipp Teams Dr. Frau eine WIRN Beglein ép Vielen Dank.